Musik Mein Name ist Karin Kaper. Ich zeige den Film Resist über das Living Theater. Ich habe den Film zusammen gemacht mit Dirk Zussis, der in den 80er Jahren auch Mitglied beim Living Theater war. Musik Living Theater ist ein pazifistisches, anarchistisches Theater. Man kann sagen, Großmutter von jeglicher Form freien Theaters. Es waren die Ersten, die nackt auf der Bühne standen. Es waren die Ersten, die Theater auf der Straße gemacht haben. Sie waren sehr bekannt in den 60er und 70ern. Wir haben uns aber bei diesem Film nicht so sehr auf ihre Theaterkarriere konzentriert, sondern mehr auf ihre politische Bewegung. Wir haben sie begleitet zum Beispiel zum G8-Gipfel nach Genua, wo sie mit jungen Pazifisten eine Performance einstudiert haben, die sie direkt dort an der Mauer gezeigt haben und wo es dann ja auch zu Ausstreitungen kam. Also es ist für uns sehr wichtig gewesen, das zu zeigen, was das Living Theater auslöst, was es bewegt und mit welchem Geist sie Theater machen und damit auch versuchen, etwas zu verändern und etwas zu bewegen. Ein Vierter auf der Straße bewegt immer sehr viel in jeglicher Richtung. Also zum Beispiel machen sie immer, wenn die Todesstrafe ausgesprochen wird in den USA, machen sie eine Performance am Times Square. Und das ist sehr interessant, weil das ist ein sehr schwieriger Platz, wo Banker etc. rumlaufen. Und man sieht am Ende dieser Performance, wo sich einige dieser fein gekleideten Damen und Herren doch in ihre Reihen einschleichen sozusagen und die Aktion begleiten, mitmachen. Also sie bewegen immer etwas und auch wenn es Buhrufe sind oder Aufruhr, auf jeden Fall bewegen sie immer die Leute und fordern auch Reaktion heraus. Das Living Theater steht für pazifistischen Anarchismus und das vertritt sie bis heute. Das heißt auch, das spiegelt sich auch in der Arbeit der Gruppe wieder. Also jeder hat, egal wie lange er in der Gruppe ist, ein Recht mitzubestimmen, mitzuerzählen, seine Gedanken einzubringen. Und das dauert natürlich im Prozess etwas länger, aber es ist sehr gut, weil es dort eben auch keine Hierarchien gibt. Es ist wirklich eine Form, die aber, ja man kann immer wieder sich bemühen, auch solche Formen zu leben. Also darum, man kann sagen, das Living Theater, sie laufen wie Don Quijotes in der Weltgeschichte herum, aber sie geben nicht auf. Und wenn sie nur ein oder zwei Leute bewegen, sie machen immer weiter und weiter. Und ich glaube, das ist eben auch sehr wichtig, dass man seinen Idealismus behält und immer wieder versucht, seine Ideen mit Streiter zu finden, egal in welche Richtung oder welche Ziele man verfolgt, aber das trotz aller Schwierigkeiten weiterzumachen und weiterzuprobieren und nicht aufzugeben. Ich finde es sehr gut, dass der Film hier auf dem Festival läuft. Das ist bestimmt auch ein guter Platz für den Film. Und ich hoffe, dass sich das jetzt noch ein bisschen weiter herumspricht oder dass das Festival auch weiter Chancen hat zu bestehen und eine Zukunft hat. Danke. Vielen Dank.